Geißer. Niemals. Komm her, du kleines... Schatz, wie... Aua. Verdammt. Er ist weg. Nicht, wenn du ihm über die Dächer folgst. Schnell. Schnell. Ja, äh, liebe Zocker-Lounger. Oha. Oha. Ähm, herzlich willkommen zurück bei Dark Messiah auf Might and Magic. Wo müssen wir hin? Komm schon. Irgendwo ist die Saal. Ja, los. Was? Okay. Wir brauchen keine Zeit. Wir müssen da durch. Okay. Ruhe, nicht diese Schillen. Geißer. Du darfst jetzt nicht zögern. Niemals. Komm her, du kleines... Schatz, wie... Aua. Es geht nicht anders. Spring! Verdammt. Ich krieg dich. Das gibt's doch nicht. Okay, wo muss ich hin? Wow. Aua. Ich soll vielleicht mal Ausdauer trainieren. Ähm. Laden? Hallo! Das war doch gerade spannend. Ja, Source Engine, ne? Neuer Bereich. Erstmal Ladepause. Kennen wir ja. Oder kennen wir eigentlich heutzutage nicht mehr so. Hä? Wo geht's lang? Ist das drin? Ich erwisch dich, du Scheiß. Wie... Missionszell aktualisiert. Ähm. Okay. Wir haben wohl kurz mal eben Zeit. Drei Fertigkeitspunkte. Was wollen wir denn eigentlich tun? Wo wollte ich denn hin? Ich wollte, ähm... Heilen wäre ganz cool jetzt. Alle Angriffe mit einer Waffe... Was redet der da? Was wäre sonst noch? Ausdauer habe ich schon angeklickt. Magische Affinität brauche ich nicht. Verstohlenheit. Und... Ich... Bin in Windows. Schön! In diesem Sinne, bis gleich. So. Und da wären wir wieder. Warum heute immer mein Herz gerade so gepocht hat. Ähm... Und die Perks kriegen wir, wenn wir... Hier, so. Jetzt nochmal rein. Jetzt wollte ich aber noch was wissen. Denn wo steht eigentlich, was ich zu tun habe? Wo muss ich da eigentlich... Ah! Oh! Holt euch den Kristall zurück. Dringt in das Lagerhaus ein. Erfüllt. Folgt dem Ghoul. Ja, genau. Äh, was haben wir denn hier? Einen Schlaghammer. Wo sehe ich denn eigentlich? Naja. Nicht so geil, ne? So, Ringe und so weiter haben wir alles nicht. Ähm... Müllwaffen. Das können wir mal wegtun. Das brauchen wir auch nicht. Der Rüst... Mit der Rüstung können wir nichts anfangen. Ähm... Das können wir ruhig mal essen. Den können wir ruhig auch mal nehmen. Schriftrolle. Keine Ahnung. Äh... Gegengift. Können wir mal da lassen. Bogen. Okay. Ähm... Wir könnten hier ermöglicht ein näheres heranzoomen. Bei der Benutzung des Bogens. Okay. Ich möchte aber... Highland eigentlich haben. Telekinese. Okay. Dann machen wir das so. Und jetzt mit drei Fertigkeitspunkte holen wir uns heilen. Und was bringt der Telekinese? Okay. Ey, das ist cool. Ich bin aber Schwertkämpfer. So. Vorsichtig hier runter. Geht's hier aber rüber. Okay. Hier geht's nicht mehr weiter. und weiter geht's. Wo ist der hin? Tja, die Tür ist wohl zu. Oh. Äh... Äh... Leute. Komm. Komm. Geh weg jetzt. Tja. 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 Priorität. Tja. Jetzt tritt der mich auch schon. So, du bist weg. Und du bist der nächste. Was? Der hat einen Schlüssel gehabt. Da war noch irgendwo einer. Wir werden dich finden und ganz sicher töten. Was war das? Stammt da. Puh. Ohne Witz, ey. Noch einer ein Problem. Das gibt's noch nicht. Komm her. Hierher. Ja. Dahin. Okay, was war da? Was zum Essen? Mana. Noch einer? Nee, 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 nee. Puh. Ich hätte auch mit Steinen werfen können. Was ist denn das hier? Und damit hätte ich euch auch blatt machen können. Vielleicht machen wir noch selber platt. Hier ist wieder was. Ein Heiltrank. Put da, komm. Boah, das füllt ja so viel auf, ey. Schlüssel zum Lagerhaus. Schauen wir mal. Was haben wir hier? Nix. Die Leiter könnten wir hoch. Der ist doch jetzt bestimmt hier rein, oder? Nö. Nö, nö, nö. Wie komm ich eigentlich da hoch? Sollte doch möglich sein, oder? Nö, nö, nö. Ah, ha. Das hätte auch schief gehen können. Okay, also die haben wir aufgeschlossen. Aber wir gehen noch mal eben hier hoch. Boah, die hätte ich ja auch alle runterkippen können, ne? Ich sollte ein bisschen vielleicht noch meine Umgebung besser angucken. Hier ist ein Ausgang. Okay, kann ich die Rüstung anlegen? Nein. Auch die nicht. Okay, was hat man gekriegt? Noch mehr zum Essen. Und den Bogen können wir auch nicht verwenden. Weil wir nicht genug Schießkunst haben. Jo, also Gegengift können wir mal auch mal zur Seite packen. Ähm, was ist das? Steinhautdrang. Vielleicht er haut das Dringenden die Härte von Stein und erhöht dadurch den Rüstungsgrad des Dringenden, aber auch sein Gewicht. Dadurch hat er sich langsamer bewegt. Gut. Merken wir uns mal. Okay. Vielleicht sollten wir auch mal Telekinese verwenden. Das ist ja auch eher Zufall, ne? Achso, apropos. Wir können jetzt... Wir können jetzt ja mal Ding freischalten hier. Und uns heilen. Prima. Geht doch. Was war der Plan? Wie komme ich hier wieder runter? Oh Gott. Oh, ich habe mich schon fallen sehen. Naja, da liegt noch ein Bogen. Okay. Wir dann halt wieder... Wie darfst du noch eine Tür? Ähm... Weck mich hier. Du hast mich echt schon gesehen? Dein Ernst? Dein Ernst? Wir wirst du bezahlen, wenn ich dich in die Finger kraftig. Zeig dich. Bleib sofort stehend oder es wird hessen. Mann, Alter. Das gibt's doch nicht. Weißt du was, Alter? Das wollte ich gar nicht... Nicht, ich bin... No! Nicht genug Mana. Noch einer an Problem. Kann ich jetzt da rein? Und alles für... eine Flasche Beernsaft. Toll! Ich hätte auch Steine werfen können, ne? Okay. Also die Gegner gehen mir hier nicht aus. Vielleicht noch lieber oben reingehen sollen. Zu. Was ist das hier? Okay. Und hier wär ich gekommen. Klappt ja super. Habe ich hab' den Weg... Hä? Habe ich hab' den Weg... Hä? Machen wir mal essen. Okay. Dann ab in die... Kanalisation. Oh, wetten, es kommen Ratten. Ich hasse Ratten. Und wie sich das hier alles anfühlt, als hätte ich das noch nie gespielt. Krass. Das ist einfach wieder ewig lang her. Und man vergisst wieder alles. Ist für ein völlig neues Spiel. Ist cool. Was ist denn das? Magischer Pilz. Warum Pilz? Mit. Hm. Sagen wir mal... War ich da nicht schon? Na klar, von da komme ich. Hier ist echt alles zu. Wird er mich verarschen? Ja, dann halt noch ne Runde, hm? Okay, also hier wär' man auch hochgekommen. Cool. Was man alles rausfindet, hm? Wenn man's nicht mehr braucht. Oh, nicht schon wieder die Leiter. Ah! Hier müssen wir nicht hin. Wir haben diverse Wege gehabt, hier reinzukommen. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Vielleicht müssen wir uns die Leichen nochmal einladen, gucken. Au, au, au. Da waren wir, wie gesagt. Okay. Treppe nochmal hoch. Hey, wo geht's hin? Irgendwie hoch? Irgendwie hoch? Hoch nicht, ne? Hm. 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 Wie, wir müssen jetzt halt kein Mann haben, hm? Wir müssen einmal dem Ding werfen. Da oben könnte noch was sein. Ist ich da hoch? Ich bin leichter. Oh, kurzschwert. Cool. Hab' ich aber schon. Oh, ist nix. Dann kommt er bestimmt irgendwie hoch, aber... Okay, hast du vielleicht noch einen Schlüssel dabei? Leute, 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 wo ist der Schlüssel? Falltürschlüssel, Mann! So, kriegen wir auch die Zeit rum. Jetzt aber. Oh. Oh. Ein Fertigkeitspunkt. Wie macht man weiter? Wenn wir gerade mal ein bisschen Zeit haben? Ähm. Stärke. Alle Angriffe einer Waffe erhöhen den Schaden um zwei. Ja, das hört sich doch gut an. Was wäre denn hier noch? Lebenspunkte erhöhen. Das macht natürlich auch Sinn. Neunig. Schlüsse zu knacken und Fallen aufzuspüren. Acht Punkte. Schritte beim Gehen leiser. Okay, 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 okay. Ist eigentlich... Eigentlich möchte ich schon Stärke, ne? Technisch. Adrenalin, dafür muss ich dann alles voll haben. Gut. Ähm, eigentlich möchte ich nur noch... Ja, komm. Also. Wir gehen da rein. Und... Schauen wir mal. Puh. Hey, hast du von den Mädchen im Haus des Zauberers gehört? Die kleine Blondine? Was ist mit dir? Stell dir vor, ich habe Arant hier belauscht, als er sagte, sie seien die Prophezeiung verstrickt. Der dunkle Messias und so. Was? Diese alte Legende, wenn der letzte Falke stirbt? Genau. Dann wird das Gefängnis des Dämonen aufgesprengt. Aber wir wissen alle, dass Prophezeiungen nur ein Haufen Mist sind. Ohne Scherz. Eine Wahrsagerin unter den Sklaven hat mir erzählt, ich würde heute sterben. Buch der Drachenschmiede, Stahlbarren, Werkzeug, warte mal, kann man... Lege den Barren eurer Wahl in den Schmelztiegel. Senkt den Tiegel auf über das Feuer. Versichert euch, dass das Feuer wie der Atem von Akkad brennt. Nutzt den Blasebalk, um die Hitze zu steigern. Schiebt den... Ach komm, weißt du was? Da brauchen wir ja doch mal einen Hammer. Äh, äh... Na, kann ich oder kann ich nicht? Wo muss... Okay. Soll ich das rein getan? Okay, also... Mal Gas. Probieren wir es aus. Geil. Die Klinge kann auch nicht fertiggestellt werden. Warum? Eine Schwertklinge. Mir fehlt noch... Wo ist das Buch? Nehmt die Klinge heraus und legt sie noch einmal ins Feuer. Wartet bis sie rot glüht. Gut. Okay. Und dann? Legt sie auf den Amboss und nimmt einen Schmiedehammer. Äh, äh, äh... Brauche ich den ja doch. Geil, Langschwert. Und das ist viel cooler. Und geht auch mit Schild. Nett. Kann man mal speichern? So, weiter. Wusste ich auch nicht mehr, dass wir hier... Schauen wir mal hier. Was ist hier? Hä? Ich habe mich entdeckt. Okay, was ist mit dir passiert? Warum höre ich Kampfmusik? Geschissene... Liegt doch irgendwas. Ein Ring? Ihr habt gerade euren ersten magischen Ring gefunden. Ein magischer Ring muss sich in eurem Inventar befinden und getragen werden, damit er seine Wirkung entfalten kann. Beachtet, dass ihr jeweils nur einen Ring tragen könnt. Ihr hört die Mana. Um 10. Okay. Mehr aus. Dann sollten wir heilen. Mal, das zieht er überhaupt nicht rein, ne? Wo laufe ich hier eigentlich gerade lang? Okay. Ja, komm her, Mann. Komm doch. Weißt du was? Ich komme zu euch. Ich muss doch mal ein neues Schwert ausprobieren. Was ist das? Oh, hatte ich aber... Schon ganz schön erwischt, hm? Bisschen Futter. Da oben waren wir. Das könnten wir eintreten, können wir uns aber auch schenken. Ist das hier einfach nur ein zweiter Weg? Versuch nicht zu fliehen. Zeig mal, du kannst mir folgen. Endlich, wir haben ihn nach links. Zulach. Langsam läuft's wieder mit dem Krass-System. So. Gab's hier noch irgendwas? Wahrscheinlich hätte ich mir voll sparen können. Oh, doch. Da sind die Tür. Was ist das? Handschriftliche Nachricht? Was ist mit dir passiert? Gift... Was? Gift was? Gift Kiss. Okay. Kann ich nicht verwenden. Toll. Wie wir letzte Woche beschlossen haben, werde ich euch helfen, im Lagerhaus und in der Stadt einzudringen. Ich warte morgen um Mitternacht in der Höhle. Wenn ihr meine Belohnung mitbringt, bekommt ihr alles, was ihr braucht. Macht euch keine Sorgen. Ich kann ein Geheimnis für mich behalten. Okay. Toll. Hat ja viel gebracht. Du bist tot, Alter. Ohne Schrauben. Tja, noch ne Tür. Oh, Kettenpanzer. Seidenschwert? Ring des Waffenmeisters? Oh Gott, Gott sei Dank bin ich zurückgelaufen. Okay, das muss man sehen. Äh, die Rüstung kann... Jetzt komm schon. Zähigkeit 1. Ist das Zähigkeit? Schießkunst. Wo ist Zähigkeit? Hallo? Zähigkeit? Zähigkeit. Okay. Verstohlenheit, Zähigkeit, Rüstungsgrad um 2. Ähm, ja, okay, das Langschwert, das haben wir gerade in Verwendung. Und das kann ich auch nicht nehmen. Glückstreffer 1. Was ist denn Glückstreffer? Giftwiderstand, Zähigkeit, Verstohlenheit, Lebenskraft. Glückstreffer. Und was bringt das? Schaden plus 3. Erhört die Wahrscheinlichkeit für einen Gifttreffer. Doppelter Schaden und 2% erfordert Glückstreffer. Gut. Unser Inventar wird voller. Und was haben wir hier? Erhört die Wahrscheinlichkeit für einen Glückstreffer. Doppelter Schaden. Ja, der bringt mir natürlich viel mehr der Ring. Äh, ja. Und sonst. Das hört man auch mal auf. Regeneriert eure Lebenspunkte und eure Mana. Und die Notiz lassen wir auch mal da. Okay, weiter. Halt mal. Hier lang. Ah, okay. Jetzt sind wir wieder hier. Gut. Dann schlappt man doch einfach nochmal hier durch. Run, Forest. Oh Mist, meine Kondition. Ja, wie im Real Life, ne? Hä, hä, hä. So. Jetzt sind wir wieder hier. Hab ich auch mein neues Schwert? Ja. Okay. Was haben wir hier? Achtung. Pass auf, wenn ihr die Zelle öffnet. Die Dorfbewohner versuchen immer noch zu fliegen. Äh. Waren doch eh alle tot. Wisst ihr das? Ja, das ist Arant hier. Sei leise. Er ist mächtiger als alles, was du bisher gesehen hast. Sieh mal da, sieh doch. Er öffnet ein Portal zwischen dem Bau der Nekromanten und den Tunneln hier. Dazu braucht man besondere Kräfte. Ich werde ihn töten. Sorg für ein Ablängungsmaneuver, wo du stellen könntest. Was? Er hat dich bedeckt. Hey, helft mir! Helft uns! Lasst uns raus! Ich hab ne Idee. Öffnet die Zelle! Wir wollen hier nicht sterben! Was ist hier los? Eine unverschlossene Zellentür. Jemand war zu... sorglos. Ich freue mich schon auf die Erklärungsversuche. Du, kümmere dich um diese Kreatur. Ich hab keine Zeit dafür. Das ist meine Chance. Nimm den Kristall! Perfekt! Jetzt lass uns hier verschwinden, bevor uns jemand bemerkt. Okay, und wohin? Wo ist der Kristall? Das war eine wunderbare Vorstellung, mein Lieber. Jetzt lass uns zu dieser Leanna gehen. Sie haben die Ausgänge verschlossen. Such den Fluss, das ist der einzige Weg. Ich schicke dich in die freie Stadt Steinhelm, zu einem Zauberer namens Mennelag. Er und ich haben gewisse gemeinsame Bindungen. Im Moment sucht er ein Artefakt namens Schädel der Schatten. Aber seine Suche ist zum Scheitern verurteilt. Er glaubt, du wirst ihm helfen. Der Nah. Zumindest nicht ohne das hier. Den Shantiri-Kristall, den wir geborgen haben. Wie auch immer, Junge. Ich möchte nicht, dass du allein gehst. Ich brauche jemanden, der dich führt. Es reißt sich leichter allein als zu zweit, Saren. Keine Sorge. Du wirst lernen, den Schmerz zu genießen. Nenn mich einfach. Saren. Wow. Ja, liebe Zocke-Lounger, in diesem Sinne. Wie als hätte ich es gewusst. Wir sind wieder in Windows gelandet. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was. Haut rein. Ciao. Bis zum nächsten Mal.